Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr am Start seid und heute gibt es mal wieder eine Folge Nerf-Schelle. Denn, ja, Patches kommen und gehen, aber niemand weiß so richtig, was ist eigentlich passiert. Ja, man sieht, ja, Bomben werden generft, Pfeile werden generft, Wolfskopf, Flügelgranaten werden gebufft. Aber was sind denn jetzt tatsächlich die Auswirkungen? Und das wollen wir heute besprechen. Kommen wir direkt zur Kern-Message des Videos, ja, zum allerwichtigsten Champion, und zwar Lee Sin. Riot hat straight up Lee Sin einfach gebufft. Ja, sie haben gesagt, hey, Lee Sin, jetzt kommt halt sowieso wieder Worlds, da willst du Lee Sin mir immer gerne sehen, ne? Lass uns ihn mal wieder ein bisschen buffen und in die Kluft bringen. Ich sag euch, dieser Champion ist immer noch scheiße und die Statistiken sagen dasselbe. Das heißt, wenn ihr Elo verlieren wollt, dann ist das euer Pick. Weiter geht es auch direkt mit den Nerf-Schelle-Champions, also die Champions, die nicht gebufft worden sind, sondern, hey, logisch, generft worden. Und hier haben wir als erstes Quinn. Quinn ist aktuell immer Giga-Broken gewesen, das heißt 54% Win-Rate. Ab 54% ist wirklich, da ist die Welt verloren, kann man sagen. Und Riot hat jetzt gesagt, okay, wir müssen sie nerfen, 4 Armor runter und 5 Damage auf der Passive runter. Und ja, es hatte dezent wehgetan, minus 0,61% Win-Rate. Und jetzt ist sie nicht mehr Giga-Super-Krass-Ultra-Heftig-Weltzerstörend-Broken, sondern einfach Giga-Heftig-Broken. Naja, also, wer von euch Quinn gespielt hat, die ist nach wie vor super, super strong. Der nächste Champion, den wir haben, der ist nicht ganz so glimpflich weggekommen und zwar Kindred. Die war in eigentlich relativem soliden Spot in der Kluft, muss man sagen. Mit 51,5% Win-Rate ist es ein wirklich guter Champion, ne? Sie ist nicht Broken, sie ist nicht zu stark oder irgendwie, aber auch nicht zu schwach. Und jetzt wurde Quinn ganz ordentlich genervt. Quinn? Was für Quinn, Alter? Kindred. Vor allem auch ihre Ultimate, aber auch ihr Attack-Speed, was sie bekommen hat. Und sie hat ganze 2% an Win-Rate verloren und ist jetzt sogar ganz dezent im Negativen. Das tut wirklich weh. Und ich würde euch raten, keine Kindred mehr zu spielen, weil dann muss ich sie wenigstens nicht mehr bannen. Ich banne sie nämlich immer, wenn ich Evelynn spiele. Spaß beiseite, Kindred könnt ihr immer noch spielen, aber langsam wird es natürlich etwas holprig, ne? Unter 50% ist immer so, hm. Selbst bei 50% ist immer so, hm. Warum ich persönlich dieses Format übrigens übel cool finde, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber hier, ein Change. Fiddlesticks wurde genervt. Ja, dann, wenn die Patch-Rons rauskamen, dann sieht man, hm, okay, 20 mal mehr auf Stufe 1, das ist ganz schön fies. Und 5 Damage, hm. 5 Damage kriege ich jetzt nicht so viel. Okay, die Möwe könnte ein bisschen hin und her kreisen, aber meistens trifft sie ja eh nur einmal. Aber wird wohl nicht ganz so krass sein. Und was ist die Wahrheit? Fiddlesticks ist der absolute Nerf-Shellen-Moderationsverlierer heute. Denn er hat einen Win-Rate-Verlust von minus 2,14%. Und das für diese, in Anführungsstrichen, doch gedachten kleinen Änderungen, finde ich persönlich ziemlich krass. Der nächste und letzte Champion der Nerf-Shellen-Edition ist ein Champion, der nicht den letzten Patch genervt wurde, sondern davor. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, diesen zu erwähnen. Und zwar Talon. Ja, Talon wurde ja sein Wave-Kill genervt. Und das hat auch ziemlich weh getan, denn der war ja in einem ziemlich, ziemlich guten Spot. So bei 52, bisschen mehr Prozent Win-Rate sogar. Win-Rate ist danach runtergegangen um 1,64%. Das tat also schon sehr, sehr weh, muss man definitiv sagen. Hat allerdings durch den letzten Patch wieder einen kleinen Buff bekommen. Also nicht direkt ein Buff, er wurde nicht verändert, er hat keine direkten Channels bekommen. Aber seine Win-Rate ist dennoch nach oben gegangen um 0,64%. Woran das Ganze liegt, da kann man natürlich spekulieren. Seine Play-Rate ist ein bisschen runtergegangen. Vielleicht spielen weniger Casual-Talons, sondern mehr Main-Talons ihn jetzt. Das kann natürlich sein. Vielleicht hat es auch andere Änderungen, weil natürlich Champions wie Kindred genauer geworden sind. Die einfach extrem stark oder schwer oder mega gigantonisch gegen Talon sind. Talon will lasern mit Kling und Kindred sagt, nein, nein, jetzt rede ich. Es ist halt immer so, einige Champions sacken und andere gewinnen. Und deswegen kommen wir jetzt zur Buff-Schelle, meine Freunde. Ja, es gibt auch Champions, die jetzt wieder on fire sind. Und der erste ist der gute Thrash. Ja, Thrash, Thrash, wie auch immer. Dieser gute Support hatte schon immer eine relativ schlechte Win-Rate. Das liegt einfach in der Natur von Thrash, denn Thrash ist ein Champion, den muss man schon ein bisschen beherrschen. Man kann einige Plays mit ihm machen. Das heißt, auch wenn er relativ stark war, hat er meistens nicht 50% Win-Rate, er hat auch meistens eine ziemlich hohe Play-Rate. Jetzt hat er allerdings Buffs bekommen auf seine Laterne und auf seinen Flay, das heißt, das macht mehr Damage. Und das kann sich definitiv sehen lassen. 1% Win-Rate dazugekommen, jetzt fast bei 50%, also wirklich ganz knapp darunter. Und ich habe euch ja gerade die Story so ein bisschen dazu gesagt. Also ich würde sagen, mit 50% Win-Rate, Thrash jetzt auf jeden Fall wieder ein guter Supporter, vor allem dann, wenn ihr diesen beherrscht. Na, dann ist alle Türen offen, vor allem die zur Laterne. Okay, der war schlecht. Also dafür, dass er spontan war, war ja okay. Sagen wir es so. Was mich extrem verwirrt, meine Freunde, ist der Nasty-Champion und zwar Irelia. Beim Durchlesen der Patch-Notes oder der Patch-Veränderungen hätte man sagen können, okay, sie hat hier kleine Buffs auf ihre Auto-Tags und auf ihre Stats, ein bisschen mehr HP, ein bisschen mehr Attack-Damage. Hat aber überkrasse Nerfs auf ihre Q, auf ihre W, auf ihre Ultimate, dies, das, Ananas. Wird also auf jeden Fall immer noch ein Nerf sein und so habe ich auch gedacht, dass es ein Nerf werden wird. Die Wahrheit ist aber tatsächlich, dass ihre Win-Rate um freaking 2% angestiegen ist und das ist wirklich insane. Und genau deswegen, finde ich, ist es halt einfach so wichtig, da im Nachhinein nach den Patch-Notes nochmal drüber zu schauen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie quasi einen Win-Rate-Anstieg macht und auch noch so einen großen. Und ich finde das natürlich, muss ich fair sagen, auch eigentlich echt okay, weil ihre Win-Rate, sie hat echt viel auf den Deckel bekommen. Und klar, sie wurde viel abused, du hast sie Top-Lane, Mid-Lane, Jungle überall gesehen. Ja, Jungle vielleicht nicht, aber Articary noch, vielleicht sogar Support hier und da. Deswegen ist es okay, dass sie ein bisschen genervt wurde, aber sie hat halt unglaublich viel abgekriegt. Und deswegen gönne ich ihr auf jeden Fall, dass ihre Win-Rate ein bisschen hochgegangen ist. Könnt ihr auch gerne eure Meinung hier zu droppen, ob das alleine dadurch kommt oder dass vielleicht noch andere Champions genervt worden sind. Und damit, meine Freunde, kommen wir zum letzten Champion der Buff-Shellen-Edition. Und hier muss ich einfach nur fragen und ihr wisst, dass das die Wahrheit ist, meine Reaktion gerade. Weil, ich habe das auch schon in den Patch-Chants gehabt. Ich frage mich einfach nur, why, Rito, sie haben, ja, okay, welchen Charmin haben wir? Wir haben Fizz, ne, Fizz, Fizz. Und ich habe schon in meinem PBE-Video gesagt, hey Riot, wie könnt ihr sowas machen? Das ist dumm, hey, das ist scheiße, das geht nicht. 40% AP-Scaling drauf, hey, klar, in welcher Welt leben wir? Auf einen Assassin, schön, und auch Damage auf der W, auch cool. GG, ne, komplett GG. Seine Win-Rate ist um 5% angestiegen, ja, komplett von, von aus dem Nimmermannsland in Richtung Broken-Himmels-Todes-Zerstörung. GG, naja, verstehe ich, kann ich auch echt nicht nachvollziehen, warum man sowas gemacht hat, also. Auf jeden Fall ist aktuell der Plan ja, er ist super stark und wird auf dem PBE schon wieder genervt. Das heißt, er verliert circa 10, 20% AP-Scaling auf seiner Ult und auch nochmal auf seiner W. Ja, wie gewonnen, so Zaron. Na, ich glaube, so stark wie er aktuell ist, ist er aber auch wirklich zu stark. Also, da muss Einhalt geboten werden. Das, meine Freunde, ist aber noch nicht das Ende des Videos, denn wir haben noch einige Changes gehabt in den letzten Patch. Und die müssen wir werten, und zwar die AD-Carry-Endung. Das heißt, die ganzen AD-Carry-Items sind ein bisschen günstiger geworden dazu, aber auch gleichzeitig schwächer. Ist jetzt die Frage, kommen dadurch AD-Carry schneller an ihre Items und können dadurch schneller scalen und können dadurch mehr Impact haben? Oder kommen sie schneller an Müll-Items und sind dadurch schwächer? Na, jetzt ist die Frage, ihr könnt jetzt oben rechts abstimmen. Ihr könnt genau in diesem Moment sagen, ja, die sind krasser geworden oder nein, die sind nicht krasser geworden. Fünf, zwei, vorbei. Das hat sich gereimt, geil, so ein bisschen schon, ne? Okay, auf jeden Fall, was ist die Änderung? Die Änderung ist gar nichts. Es ist einfach, es ist nichts passiert. Wir haben hier einfach mal Test-Halber Jinx, ein Champion, der genau solche Crit-Items baut, der skaliert. Ich habe auch bei anderen Champs geguckt, bei Vayne, bei Xayah. Da ist Plus, Minus, Null, da ist wirklich rein optisch und analytisch und einfach, da ist nichts passiert, ne? Ist natürlich jetzt die Frage, oft werden Sachen erst mit der Zeit entdeckt. Das heißt, die Leute sagen sich, okay, am Anfang spielen sie immer das gleiche, was sie in den letzten Patch gespielt haben und mit der Zeit sagen sie, okay, na, vielleicht dadurch, dass es jetzt günstiger ist und dies und das und das und das wird gebaut und das wird geändert, dass sie dann andere Sachen ausprobieren. Das heißt, es können noch Änderungen kommen, aber aktuell ist die Phase, dass da wirklich keine große Änderung bei ist. Man kann aber auf jeden Fall safe sagen, dass die Meta jetzt nach und nach immer weiter in Late-Game tendieren wird. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Vor allem mit dem neuen Game-Mode Nexus-Blitz, der ja sehr kurzfristig ist, also kurzfristig von seiner Dauer, also von seiner In-Game-Dauer, der ist schnell zu spielen. Das heißt, du hast einen Game-Mode, der ist schnell und einen Game-Mode, der so ab 20 bis 40 Minuten gehen kann. Ja, 40 Minuten Games brauche ich nicht unbedingt, aber 30 Minuten ist so ein optimaler Wert, den man natürlich anpeilen sollte. Ja, das waren die Informationen, ihr seht jetzt, einige Champs sind super krass, einige Champs sind super scheiße, ne, wie Lee Sin zum Beispiel. Ich denke, ich werde auch demnächst mal einen Meta aktuell wieder machen, weil aktuell habe ich sogar nicht mal mehr wirklich den Durchblick, ja. Ansonsten könnt ihr mir absolut gerne in die Kommentare schreiben, welche Champs ihr denn aktuell abused und vielleicht, wo ihr sagt, hm, der Nerf of Trash oder äh, der Buff of Trash war ziemlich cool, der Nerf of Dean war ziemlich scheiße oder was auch immer. Droppt mir gerne eure Meinung, was ihr von dem Ganzen haltet. Wir, meine Freunde, sehen uns dann wieder morgen, 15 Uhr. Ich versuche jetzt wieder, ja, regelmäßiger Videos zu machen, war ja in letzter Zeit doch ziemlich verdummt und vielleicht auch insgesamt ein bisschen besser, vielleicht mal wieder geschnittene Videos. Ich wünsche euch was, wir sehen uns, auf Wiedersehen, Stirnabschied. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.